hallo liebe freunde jetzt spreche ich auf deutsch ich habe gemälde nach deutschland verkauft glas gemälde ich kann leider nicht zeigen warum ich zeige etwas anderes weil ich das gemälde schon verpackt habe liegt von mir hier schon verpackt das muss ich jetzt richtig verpacken ich habe gerade live stream auf youtube gehabt da kann man alles angucken wie das gemälde aussieht und wie ich das alles verpackt habe und dann dachte ich gehe schnell zu tik tok und zeige ich kann das gemälde hier vom smartphone zeigen gestern verkauft nach kronau nach baden-württemberg und hier ist gemälde hier kann man sehen da gibt es video und zeige gleich video hier das ist mit sonnenlicht so schön sieht das aus das gemälde habe ich vor zwei jahren gemalt und hier so tut man auf das fenster und kann man gleich ja so schön leuchten die farben wenn die sonne scheint wunderschön und da sieht man im video das sind so saugknöpfe die tut man dann da kommt auch beschreibung dazu und da sieht man dann kommt so ein aufsteller hier das ist schon zusammengeklappt wenn man zusammenbastelt dann sieht das so aus da kann man das gemälde hinstellen hier stellt man das gemälde schaut live stream auf youtube da kann man das alles sehen da ist live stream auch auf deutsch wer auf deutsch nicht versteht kann man in einem tag youtube macht diese subtitel und dann kann man auf russisch auf englisch in allen sprachen sehen das habe ich gesehen dass die wirklich alles übersetzen aber die brauchen wie gesagt ein tag zeit um das zu schreiben oder so und hier das kommt flyer dazu und dann wie gesagt weil es auf deutsch geschrieben dann kleines geschenk postkarte mit vielen dank und die postkarten kann man im shop erwerben eine postkarte kostet 2 euro 90 und das schenke ich jedem wer bei mir original gemälde bestellt was noch dann genau da habe ich dieser ausdruck für vom shop ausgedruckt so wie ich verpackt habe wie gesagt schaut live stream da steht alles ich habe 22 minuten das alles erklärt gezeigt und so weiter und dachte sage ich euch schnell bescheid falls interesse besteht könnt ihr da alles angucken gut